Im Dialog Positionen suchen haben Sie die Möglichkeit Positionen zu suchen, indem Sie einen Positionsnamen eingeben. Dies kann auch nur ein Teil des Kurztextes der Position sein, indem Sie eine Positionsnummer eingeben, nach der Sie suchen. Oder Sie können auch Positionen filtern nach dem hinterlegten Berechnungsstatus. Wenn Sie einen Text eingeben, dann werden alle Positionen aufgelistet, in denen der Ausdruck Fensterbank enthalten ist. Anschließend können Sie die betreffende Position markieren und mit OK gelangen Sie in das richtige Gewerk und Gruppe und können die gewünschte Position bearbeiten. Genauso gut können Sie nur einen Teil des Textes eingeben, zum Beispiel nur Bank. Dann werden alle Positionen gefunden, in dem Fall auch die Sohlbänke zusätzlich zu den Fensterbänken.